Jo, die letzte Runde ist mit dem Trade geendet. Leider. Und das klingt wie zwei. 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 Ja, aber ein Dreierteam ist natürlich ungünstig. Und das klingt wie zwei. 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 Da sind Emo Nein, die sind Geier Emo, tipp Emo, tipp Da ist auch ein Da ist nochmal ein Hi Das gibt's doch nicht Das war das Super Ich fass es nicht Scheiß Ich fass es nicht Wieso ist er explodiert Ich kann es ja nicht sagen Aber ich habe jetzt zwei Striche Boah, auf jeden Fall Heilung glaube ich Oh ja, ich bin doch schon Ah, ich bin echt voll Das läuft weiter Es läuft weiter So weit weg Ah, da ist Heilung Ich muss erst mal die Vergiftung bekommen Hunde wie er gehört Das sind keine Hunde ist meine Tochter Dieser Heu Heif Keine Ahnung Doch Über uns ist der Heif Endlich mal wieder getroffen Er ist Tom auch umgeblieben oder was Danke Er ist gerade runtergefallen Und jetzt nimmt das nicht Warum nimmt das denn jetzt nicht Willst du mich verarschen Er nimmt sie nicht Von der Seite Er ist Leiter Er nimmt sie nicht Von rechts Von Schüsse Ja Ja Ich weiß Aber ich komme doch gleich Ich nehme die Hive Dann nehme ich die andere Ja Hast du da? oats Das mit tête direct Reif Take her upper ein Ein k ja ist noch ein schreien unfassbar er hat nicht gebrannt das blöde ding hat die links angebrannt ist rot los rot gut ich komme hoch besser weil ich brenne gerade ich habe nur noch drei striche ja heil dich geht nicht ich bin verbrannt unter uns hier bei mir was war tot also getroffen ja klar hier auf die seite hier was er hier hochkommen sollte immer noch nein hat aufgehört gut dann haben wir beide ja hat aufhört er hat dann lupen geht zu dem ja es muss ja dann zweier gewesen sein genau dreier teams haben wir nicht auf dem server dann laufe ich jetzt hier rein wo liegt er denn auf der treppe da haben wir eine schöne position gehabt ja schön draus gemacht ein strich ist halt verbrannt kann ich das machen also hast du noch einen strich übrig nein ich habe drei striche noch ok alles klar ja der gegner ist direkt nebenan ja willst du ihn machen ja warum nicht das ist doch der scheiß gegner ja bestimmt auf der dicke kommt nicht da was her ja da würde ich sagen wir müssen jetzt durch den süden da können wir punkte eintauschen und da ist der dings kann man natürlich auch noch holen hast du einen slot frei wir fangen schon an hast du einen slot frei was heißt slot 2 ja einen von den hinteren vier slots hast du davon einen frei die schüsse kamen ja von hier von rechts langsam vor ach so der ist auch vor ach so dann können wir erstmal richtung süden punkte enttäuschen gehen wo ist der aufladepunkt da ist er äh wasserteufel ne oh noch mehr wasserteufel da ist auch zwei punkte ne ja da waren auf jeden fall schüsse da hinten und jetzt ist ruhe ich habe den wutanfall wieder schüsse frage ob die ein boss machen oder ob sie einen gegner haben das ist das wissen wir nicht müssen also wenn dann gehen sie über ziegelei raus das heißt wir können jetzt einfach richtung ziegelei gehen wir gehen jetzt richtung c und a ja ich weiß ich brauche was neues zum anziehen hört sich eher an als ob die den boss grad machen naja bei der anzahl von schüssen würde ich das auch sagen ich hätte es auch hätten wir auch frontal aber da uns beide jeweils einen strich fehlt hätte ich da gesagt das ist eine scheiß idee außerdem muss ich aufs klo wo positionieren wir uns denn dann da oben scharfschützenposition interessant ja ich habe quasi zwar scharfschützen also aufsatz aber nicht also gehe ich hoch meinst du ja was meinst du ja lass mich erstmal aufs klo gehen ich muss dringend ja ich habe quasi die pistole ach so ja ne dann nicht so ich gehe mal aufs klo ich könnte ja hier aufmachen damit die denken hier oben ist einer ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm So bin ich wieder da Ich meine, wenn ich hier natürlich rankommen lassen würde, würde ich auch von da oben viel sehen, ne? Ja, aber das Problem ist, die sehen dich ja auch Vielleicht Ja Relativ weit hinten, wir können es nur ausprobieren Ach da, ich gehe mal, ich gehe mal den, ne der Imo stört nicht, der ist weit weg Soll ich es probieren? Ja, probier's, vielleicht haben wir ja Glück Ich habe rote Klamotten an, daher könnte sein, dass sie mich nicht sehen Ja, mal probieren wir's machen Weil ich könnte von da aus natürlich gucken, gerade gucken, weißt du, auf den Ausgang Ja, vor allem siehst du Hype in welche Richtung die rausgehen Also sie können auf jeden Fall uns mit der Sicht nicht sehen aus der Entfernung Wenn sie Hype aufnehmen und gucken Erstmal nur, wenn sie zwischendurch nochmal gucken Das werden die wohl machen Hm, macht nicht jeder Einer ist aufgenommen Keine 2 Ah, da ist der 2 2 Mal gucken, was sie machen Wenn sich nix Also ich bin auch nicht nah an der Luke dran, ne? Das sieht eher aus, als ob sie nach links rausgehen Echt? Mhm Also nach oben hin, meinste? Ne, nach links Also links unten Nicht um Wulset Ja, sie gehen links rum Alle 2 sind schon raus Kann natürlich sein, dass wir jetzt noch mal drehen Ja, sie kommen zur Brücke Also links von uns sind sie So geh ich runter Da sind sie Da sind sie Ich bin gerade vorbeigelaufen Gerade vorbeigelaufen Gerade vorbeigelaufen Gerade vorbeigelaufen Haben gehört? Da wurde geschossen hier vorne Hast du? Ja Hast du geschossen? Ja, ich habe geschossen Da habe ich gerade was gehört Ach scheiße, das war die falsche Spritze Hast du hier alles getroffen? Da sind sie Da sind sie Ja, die Schießhöhne kannst Ja, da wird vorbeigelaufen Ich hoffe da links rüber Ja, ich komme Von hinten Ne, hier brennt sich gar nicht von hinten Scheiße Hast du irgendwie Ich kann es nochmal anpingen Ja, die sind in die Richtung gelaufen Ja, die sind in die Richtung gelaufen Aber ich kann Ich konnte nichts mehr sehen Du bist das jetzt der der Läufner Ja, die sind in die Richtung gelaufen Ja, die sind schon gelaufen Aber ich kann Ich konnte nichts mehr sehen Die sind schon im Ausgang denke ich Wo ist denn jetzt genau der Ausgang? Süden Ah Ja Ganz zu langsam Ja, ist ein Traus Ja, ist ein Traus Ja, ist ein Traus Ja Ja, da können wir auch rausgehen Ja, da können wir auch rausgehen Na ja, zumindest immer nicht gestorben War gerade wieder recht blöd gelaufen Ja, du kennst hab die Karte noch nicht gut genug Das ist das Problem Ja Ja Er hat direkt gewusst Die sind in Richtung Ausgang Ja, aber Es soll kein Verwurf sein Die ich falsch verstehen Das ist halt Ja, wenn man die Karte nicht gut kennt Und ich war natürlich gerade am Kämpfen Bis ich dann sage Die sind Richtung Ausgang Das dauert dann einfach zu lang Das ist also auch War ein bisschen scheiße Ich dann genau in die Ah ja, auch trotzdem. Zwei Kills. Oh, jetzt habe ich... Vogel-Dings, Bums. Da winky und sketchy owned. Was immer das heißen soll. Zwei Tötungen. Ein Du, eine Irsch. Ja, so ist es brav. Aber das war echt schön. Weil der saß so schön, hat die ganze Zeit auf die Tür geaimt und hat mich nicht gesehen, da ich da oben an der offenen Türe vorbeigegangen bin. Er war perfekt. Ja, so darf es sein. Auf jeden Fall. 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 Auf jeden Fall.